Eines der eindrucksvollsten Denkmäler mittelalterlicher Klosterbaukunst ist zweifellos die ehemalige Zisterzienserabtei Kloster Eberbach, die Bernhard von Clairvaux 1136 gründete. Die weitläufige Anlage mit ihren romanischen und frühgotischen Innenräumen wurde als Schauplatz des Films »Der Name der Rose« weltweit bekannt. Im Mittelalter betrieb Kloster Eberbach das florierendste Weinhandelsunternehmen der gesamten Welt. Bis heute zeugen die zwölf historischen Weinpressen im Laienrefektorium von den enormen Erträgen der klösterlichen Anbaugebiete. Das Abteimuseum informiert den Besucher ausführlich über die Geschichte der Abtei und den Zisterzienserorden. Eberbach ist eine Pilgerstätte von Weinliebhabern aus allen Himmelsrichtungen. In den alten Kellergewölben, im barocken Refektorium oder im Laiendormitorium finden daher interessante Weinproben und fachkundige Kellerführungen statt.